Hallo, ich bin Lars von Project Area 51. Wir haben unseren Channel bisher noch nicht so doll genutzt, das wollen wir jetzt ändern. Wir möchten euch so ein bisschen aus dem Hintergrund zeigen und erzählen. Ich denke, das ist eine gute Möglichkeit auch zu zeigen, was wir alles nachher auf der Convention haben werden, also was wir euch zeigen präsentieren können und das wird eine ganze Menge sein. Wir haben jetzt in dieser ganzen Zeit so ein bisschen viel hin und her überlegt, was kann man noch tolles machen, was können wir noch schönes präsentieren, worauf habt ihr so Lust und da haben wir uns wirklich ganz, ganz viel tolles überlegt und nun werden wir die Zeit nutzen und euch immer regelmäßig so ein bisschen was aus unserem Hintergrund zu zeigen. Jetzt von meiner Seite aus viel aus dem Handwerklichen und bei Andreas und Mary wird es dann eher so dies Theoretische sein, denn die machen natürlich im Hintergrund auch ganz viel Arbeit. Aber das werden die euch selber erzählen, was sie machen, denn auch sie werden regelmäßig Videos erstellen und euch das präsentieren. Ich werde euch durch meine Werkstätten Konvention führen, dort wo wir alles für Project Area 51, für die Convention bauen werden. Und da werden ganz, ganz klasse Sachen gemacht und da werdet ihr richtig Freude daran haben. Das hoffen wir natürlich. So, dieses ist erstmal der Beginn von dem allem, was wir jetzt so in der nächsten Zeit, in den nächsten Monaten machen werden. Und wir hoffen, dass euch das gefällt, dass ihr Spaß daran haben werdet, dass ihr auch mal ein paar Kommentare da lasst. Whatever. Also gerne immer auch mal sagen, was ihr gerne sehen würdet. Das interessiert uns natürlich auch. Wir versuchen, so viel wie möglich selbst zu machen oder halt auch zu organisieren. Wir werden sehen. Nun ist es für 2022 angesetzt. Wir hoffen, dass das alles funktioniert. Wie gedacht. Wir werden die Entwicklung dieses Jahr nun sehen. Aber die Hoffnung ist natürlich groß. Ja, so. Also, dann soll es jetzt beginnen. Ich werde, im nächsten Schritt werde ich euch durch die Werkstätten von Project Area 51 führen und euch dort erklären, was wir wo machen. Und vielleicht werdet ihr das eine oder andere sogar schon sehen, was wir euch dort auf der Convention präsentieren. Bin ich ziemlich sicher. Okay. Dann erstmal bis dahin. Ciao. Chapter 50 Top 50 Video .